Also verstanden. Denkt dran, im Orts- und Häuserkampf ist euer Grillspieß überaus nützlich. Danke für die Erinnerung. Da ist ja schlägt nichts. Jep. Wie geht der so? Äh, Standard-Taste ist C, genauso wie Zweibein aufbauen. Auf meiner Position ist bereits Feind-Infantrie. Wo bist du? Ich bin, äh, westlich von Arneheim. Da ist ja auch Fragen, wie man den einsetzt im Spieß. Äh, mittlere Maustaste oder Daumenmaustaste ist glaube ich Standard-Belegung. Puma bricht durch. Bei mir war es. Unter 2 zu 2. Bei mir war es Standard-Bissich auf H. Oh, ist Halbkette. Komplettverkehr. Ah, ja, ok, H. Echt, dann haben sie es geändert. Halbkette ist nach Norden durch. Keine Ahnung, wo die hin sind. Logitruck ausgeschaltet. Ne, 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 so geht das nicht, ihr kleinen Dreckssäcke. Kannst du über den, äh, über dem Ohr hüpfen? Bin ich gerade, da bist du auf die andere Seite wieder gehüpft. Schönen Parcours. Bist du jetzt schon wieder rüber? Ne, ich bin nur einmal rüber. Ich bin in so einen schönen Vorgarten. Ich komm zu dir rüber, Juncker. Ich komm zu dir rüber. Oh, fuck. Deutsche Infanterie auf der Ostseite des Sees bei India 4, Kilopower 7-7. Verstanden, danke. Das hatte ich vor. Das hatte ich vor. Was war das am Ende, 7-7? Korrekt. Ah, es macht ja auch Sinn, dass du hier einen Hinterhalt legst. Die müssen hier durch. Oder sollten, so rum. Und wenn wir hier Kirche dicht machen und hier Feuerwinkel erstellen, dann kriegen wir die Panzer gut. Äh, weil die wahrscheinlich durch die Mörser und Co. schon wieder weg sind. Squad, liegt östlich deiner Position an der Straße runter ungefähr 100 Meter. Zwei, drei Leute. Oder auch irgendwas, was die Bum macht. Was ist es? Was ist es? Und der Relief heißt? okay bei euch geht ein deutscher infanterist direkt hinter der mauer dort ich bin leider auch weg statt es wäre so gütig mich zuerst aufzuheben dann kann ich dir helfen bei den anderen ouch das waren drei team kills aber gleich nachdem die brücke gefallen ist lege meine minen aus und wenn es nur zwecks logi oder msb ja ich glaube das logi team war anderweitig beschäftigt und kam nicht mehr dazu keine ahnung ist immer schwierig zu sagen warum irgendwer irgendwas nicht macht das war meine hier liegt ein deutscher anhänger gerade eben alle gestorben sind da sind jede menge infanteristen ein stück weiter vorne liegt ein deutscher anhänger da kannst du munition klauen da drüben siehst du den meine blickrichtung ich geb dir deckung also wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne kannst du nicht vielleicht ist er schrott jetzt wollen können dass es geht ich würde gern mit dem rademann hier die stellung halten dann haben wir hier zwei jahr täler die quasi alles was ihr versucht durchzupushen sprengen verstanden alles klar wir haben ja schon eine schöne todeszone errichtet gegnerisches 232 fährt über die große brücke ja verstanden kommt nicht weiter als zur kurve panzer kommt die halbkette ist jetzt im nördlichen gebäude von graveyard ist aber nicht besetzt ja ich weiß wir sind solche arschlöcher die tun wir schon fast leid puma ausgeschaltet da kommt gleich was großes alles klar fragt man bei der logie an ob die was ja genau da ist ja noch ja gehen wir holen ich halt hier die stellung da kommt gleich was großes okay hier von links 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 fuck wie ist die denn gefallen dann können wir einen schönen schrotthandel aufmachen auf jeden fall und das geht noch weiter also wenn ihr die infanterie abwehrt bis jetzt ist noch nichts durchgekommen das hört sich viel versprechend an was ist der denn easy ich glaube eine ist durchgebrochen durchgleich wieder das schwerste hier wieder in stellung wir könnten da einen sunny gebrauchen ist egal aus welcher squad aber einer der uns gesellschaft leistet verstanden macht das ein von uns oder soll ich mich fragen achtung unten am ufer da müsst ihr aufpassen auf der brücke oben auf den pfosten liegt ein feindlicher scharschützer auf der brücke oben auf den pfosten und wenn wir dann noch munition bekämen könnten wäre super so irgendwo irgendwo zwischen der kleinen kirche und dem einen haus so bei der querstraße bei hotel 331 da munition hin dann sind wir glücklich der logic hat mir schon leid da kommt ein deutscher granate liegt ja und ein msp kostet auch tickets ne ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn yo alles klar sunny sunny ich hab uns nen sunny bestellt im down sunny pass auf da sinds nur aus einer dritte schlaße ja munition brauchen wir halt keine nix dafür hilft ja alles nix scharfschützen rückendeckung nen sunny perfekt jetzt noch munition hier auf der querstraße und wir sind wir können hier tagelang aushalten äh trooper du kriegst deine munition alles klar perfekt rally point noch eine minute ich kann den rally in 32 sekunden refreshen dann müssen wir halt respawnen ja es ist auch nicht so tragisch ne 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 solange nichts gravierendes durchkommt und die straße ist dicht also da kann nix mehr kommen ne ich wollt grad sagen die haben sich selber blockiert ja zu 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 ist zerstört alles klar sauber alles klar sauber hier einfach ins gebüschne mundkiste einfach hier ins gebüschne mundkiste und wir sind glücklich oder da vorne ins haus eins von beiden reicht uns dankeschön könnt ihr ausschaufen ja klar ihr könnt euch wieder verpissen besten dank jetzt sind wir wunschlos glücklich danke gerne oh jetzt tun die mir richtig leid ja teilen wir uns wieder auf du hier beim haus ich vorne an der mauer jo alles klar gute jagd ja ich an dem fachs darf ich mit meinen immensen ansprüchen nochmal was stellen ja genau das äh falls wir ein platoon command haben ein spitfire strafing land entland der gestrichelten straße startpunkt bei hotel 4 kilo papa 8-6 äh warte kurz äh wiederhol das nochmal ein spitfire strafing run auf der gestrichelten straße bei hotel 4 kilo papa 8-6 entlang der gestrichelten straße Richtung süden äh warte ich versuche ihn mal zu holen ich gebe dir Deckung so gut wie es geht alles klar das britische Kriegsministerium hat eben beschlossen die polnische Brigade in und um Arnheim nicht mehr mit Munition und Nachschub zu versorgen der Grund wir kriegen von links Beschuss Leute dafür ist dass die Polen anstatt die Munition selber zu verwenden dann den Feind verkaufen danke Sonny ja neue Halbkette überquert die Brücke alles klar ist halt ok wenn ich mal smoke versuche die andere Scharste zu kommen äh wenn du kurz wartest da kommt irgendein Fahrzeug durch ich würde gehen lassen erstmal warte wir sprengen geh weg geh weg geh weg danke Sonny zieht euch zurück das wird gleich weh tun vier sechs shit ist nur eine Halbkette ist durchgebrochen eine Halbkette ist durchgebrochen wegen dem Spitfire strafeln run meinte ich jetzt äh nochmal bitte äh die Koordinaten für den Spitfire war ich nochmal äh acht Sekunde Hotel vier Kilopapa 8-6 und Panzer IV ausgefallen die werden uns so hassen der Radpanzer macht sich auf den Weg über die Brücke alles klar nur um das inzulernen was meinst du mit Chilo Pepper äh Keypad damit du weißt wie die folgenden Nummern eingerichtet sind weil du kannst ja die Nummern entweder anordnen nach der Telefontastatur oder nach dem Keypad auf der also nach dem Nummernblock auf der Tastatur und damit du weißt dass sie nach dem Tastaturmuster angeordnet sind Kilopapa achso achso ok ok na ja alles klar Statist äh ist da unten ok Infanterie rückt wieder an der Uferpromenade vor ja das war aber auch ne fiese Stellung dass da einer guckt der feindliche Radpanzer hat sich am südlichen Ende der Brücke bekehlen gemacht ungefähr bei H5-7-8 verstanden gebe ich durch so langsam versuchen sie uns mit Infanterie auszuräuchern äh kannst du das nochmal holen sie versuchen uns so langsam also ihren Durchfahrtsweg freizuräumen sie räuchern uns dann langsam aber sicher aus ja so nach dem dritten Panzer kann man das auch verstehen so wo ist mein Homie keine Ahnung ach scheiße da ist die Mauer weg äh ja ja ich hab's ja verstanden ich hab's verstanden die Ostseite des Sees ist heiß bei India 4 Hotel 4 India 4 Verständlich jetzt werden sie pissig ok ok Zeit für ne neue Stellung oder Minen also die Halbketten kommen durch aber warum was bezwecke ich wenn ich ne Halbkette hier durchprügel danke Sanni ich komme erstmal ins Haus hattest recht Reeps hier komm schon in die ersten ha danke Sanni dann mal bitte markieren und an die anderen Scots durchgehen fährt doch wie ne Halbkette oder? hab ich schon hab ich schon nicht mehr ich versuch mal die Halbkette aufzuklären ha 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 ja bitte dann durchgeben äh Logistik Truck ausgeschaltet halbkette direkt halbkette direkt halbkette direkt vor mir ähm Squad Lead 2 läuft direkt drauf vor äh drauf zu Stuka weg 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 Stuka 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 raus hier Halbkette setzt sich in Bewegung fährt Richtung Cap Halbkette ist genau an mir vorbei kein Schütze drin war ein Schütze nicht für uns ja hätten sie aber mal machen sollen kurz ANSP sorry war schneller Halbkette hat erledigt Oh, Feindschaftsschütze, der hat was gegen uns. Ja, der mag uns immer mal gar nicht. Ich weiß bloß nicht warum. Ich muss mir langsam neue Feuerstellungen suchen. Die Uferbonade ist ruhig. Sniper verlegt sich um. Ist doch verstanden. Feindinfantrie im rechten Bunker. Im rechten Bunker. Bestellen. Ah, fuck. Okay. Hm, gibt's einen anderen Weg da ran? Squadlead, wie sicher ist der Pfad von Graveyard zur Brücke? Ähm, von der Skala von 1 bis 10? Ja. Wenn du den Weg zwischen Graveyard und Town Hall von da quasi einfach südöstlich nimmst, da ist es sehr ruhig. Alles klar. Wenn du den am Fluss lang nimmst, kann ich ihn bestätigen. Alles klar. Ich hätte auch eine 12 akzeptiert. Ich habe sehr lange Zahlen. Äh, spielst du die Runde noch zu Ende? Ja, klar. Mein Hallo? Jetzt will ich auch wissen, wie viel ich hier gesprengt habe. Ich habe den Deutschen direkt vor meiner Position. Bist du da gerade geschwommen, als du da rüber ge... Ähm, gehofft bist? Ja, ja. Ich habe den Deutschen direkt... Ich habe den Deutschen direkt ins Gesicht gesehen. Das war ein STG. Ich will mal was ausprobieren. Ich habe einen Panzer auf der Brücke. Ungefähr auf der Mitte jetzt. Ja, so verstanden. Panzer kommt gleich. Er ist auf unsere Seite. Ja, das auf jeden Fall. Ist durchgekommen. Panzer 4 ist durch. Panzer 4 ist durchgebrochen. Panzer 4 ist durchgebrochen. Verstanden. Hat aber mindestens einen Treffer kassiert. Okay. Der ist komplett nach Norden durch. Also der wird euch wahrscheinlich versuchen, nördlich zu umgehen. Verstanden. Einmal zu weit geschossen. Scheiße. Und ich hatte auch irgendwo einen Puma. Ja, 2 zu 2 oder Puma ist unterwegs. Wo kann der durch? Kann der runter? Ja, ne, die wissen, dass ich hier irgendwo stehe. Achtung! 2 zu 2 oder Puma. Ist der Panzer durchgekommen? Ja, der Panzer 4 ist durchgekommen. Hat aber mindestens einen Treffer kassiert. Okay. Hab versucht den Motor auszuschalten. Hat aber nicht... ...ne entsprechende Wirkung gehabt. Ist dann durchgefahren. Ja, ist doch unser Sepphaus. Ist hinterher. Nein, ist doch. Grobe Markierung. Genau, passt. Ist schon mal sterben. Also, da ich Munition hier hab, ich probier's mal. Da ist ein MS-Bild geflippt. Alles klar. 80 Meter ist so weit. Ich hab ihn getroffen. Die sind schon verrückt. Aber... Was kuschelt der auch mit dem? Achtung Flugzeug. Siehst du noch, was da rumgeistern stattdessen ist? Ähm, oben der Brücke ist einer. Alles klar. Scheint Schauschütze zu sein. Alles klar, dann geh ich in Deku. Schöne Arbeit, Jungs. Danke. Wir sprengen, was wir können. Äh, ich meine, wir tun, was wir können. Wie das aussieht. Einfach zwei RT hier. Schön gechillt hinter der Wand. Ja, was sollen wir auch sonst machen? Also, muss doch... Und was macht der Matic? Euch heilen. Uns, uns aufheben, falls was passiert. Ach so, ja, okay. Nur nicht zu weit, will ich hoffen. Diese Puma, der ist irgendwie auf der anderen, äh, Flussseite. Flussseite, hab ich ja auch gehört, ja. Ja, können wir jetzt aber auch herzlich wenig machen, ja. Ey, dann bleib ich mal bei euch. Ja, gerne. Weil der andere Matic haut jetzt ab. Ja, ich kann nachfragen, der ist in meiner Squad. Aber ich geh mal davon aus, dass er beim MSP nachgucken geht. Ja, weil der grad irgendwie weggefallen sind. Neues MSP, übergekehrt jetzt die Brücke. Alles klar, danke. Neues MSP, komm. Schnick, schnack, schnuck, wir entsprengen. Warte, warte, ich stell mich kurz hin. Das feindliche 222 oder was auch immer da drüben steht, versucht mich grad zu erwischen, weil ich in einem MG sitze und die auf der Brücke niederhalte. Der bleibt da vorne hängen. MSP ist auf der Brücke stehen geblieben. Ja, so verstanden. Ich hab nämlich unseren Scharfschützen, der gibt mir immer die Ziele durch, wenn was ankommt. Achso. Dann können wir uns dann in aller Ruhe drauf vorbereiten. Ich glaub, da vorne hab nix mehr durch. Äh, weiß ich nicht, was das Logiteam vorne aufgebaut hat. Äh, Panzerbrücken? Oh. Warum haben die den MSP gesprengt? Troubo, gehst du auf Yacht mal? Ja, kann ich machen, alles klar. Ich hab ja noch ne Rechnung mit ihm offen. Ich geh auf Panzerjagd. Der Puma oder 222 hat eh schon Angst vor dir, also mach das. Ja, der Panzer 4 kriegt auch noch Angst. Mögen Sie alle Angst haben? Der 222 wird zurück. Panzer 4, ich hab's gehört, ja. Was ist? Der 222 fährt zurück. Komm nach vorne. Alles klar. Vielleicht taucht er gleich auf der Brücke. Komm, halt, der los ist so, genau. Ich lenk mal das Feuer auf mich. So verstanden. Logiteam auf der Brücke. Logiteam auf der Brücke, der Brücke ist gleich über. Sunny! Spritze reicht, Rest mach ich dann schon. Nehm ich erstmal Panzerjagen. Das geht ja irgendwie nicht. Oh nein! Super. Können das sein, dass wir alle feindlichen Kräfte zurückgeschlagen haben? So ziemlich, ja. Der Panzer hat schon wieder Angst. Aber der haut nach Norden ab. Soll ich dich erstmal heilen? Ja, kannst du jetzt machen. Jetzt haut er ja ab. Danke, Sunny. Entweder planen die Deutschen was ganz, ganz Großes oder sie haben aufgegeben. Panzer zieht sich nach Osten zurück. Wahrscheinlich haben die hier oben ne Fop. Ja, ich hab fein Kontakt auf meine Position. Der ist Paranoin. Auf meine Position, ich hab's markiert. Ich verstehe nicht, wieso die Deutschen nicht von Norden angreifen, da ist doch alles frei. Na, die kommen ja nicht über die Brücke. Äh, der Rest hat ihn, der nicht ent... äh, gibt es, äh, kommt mal zu mir, da hier sind Feinde. Also die, die Logis haben wir mit großer Regelmäßigkeit immer gesprengt, wenn sie über die Brücke wollten. Ähm, Panzer auch. Also, die haben wir hier im Norden halt nix. Zwei Halbketten sind uns entwischt. Also von daher können sie nicht aus Norden angreifen. Kannst du mal Squadlead4 fragen, ob der einen Hinweis hat, wo der feindliche Panzer hin ist? Ja, mach ich. Ich bin noch zu weit weg für Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber Spotten kann ich noch, ja. Äh, er rennt ihm gerade hinterher. Richtung Süden ist er abgehauen. Alles klar. Da kriegt man ja irgendwann einen Knick in der Optik. Ich war leider der True, sorry. Kümmer ich mich gleich drum. Komm, vielleicht führt er uns zum, 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 zur FOP. Falls die eine haben. Ich glaube aber nicht, dass die eine haben. Äh, Funker, wenn du lebst, mach ich mal eine Position. Verstanden, Funker ist auf dem Weg. Ha ha! Hm. wow ja ich habe schon gemerkt der panzer 4 ist ganz im süden am arsch ganz im südosten ok statist hat sich erwischt nicht ok leichter feindpanzer auf g5 kilopapa 98 ok naja der panzer 4 wird schon wieder kommen wenn er hunger hat magst du mir auch noch eins aufdrücken klar dankeschön das steht wieder im auf deren flussseite korrekt alles klar ja alles klar ok weiß ich bescheid brauche ich aber vorher munition äh radio schließ mal wieder zu mir dann machen wir den neuen review so verstanden rap 96 wie ist deine position kannst du mich wiederholen ich bin rechts deine position ja im gebäude oberstück geschoss wo ist der Lübel denn meinst du mich oder dem panzer 4 dem panzer der ist abgehauen Mistgerl hat aber nochmal zwei granaten gefressen also viel viel hält er nicht mehr aus der wird nur noch durch Kaugummi zusammengehalten ok ich geh mal gucken alles klar der ist irgendwo ganz im südosten ah ich höre hin der wird gleich wieder kommen panzer ist wahrscheinlich jetzt östlich von der von unserer kleinen kirche der andere ATler ist dran MSP auf der Brücke MSP auf der Brücke alles klar verstanden ich bin dran ja Sichtkontakt jo gleich ist er weg ja ist er weg vom panzer 4 wurde ausgeschaltet Panzer 4 wurde ausgeschaltet ja von der Brücke rechts von der Brücke Manik der Radpanzer ist wieder Richtung Main Base abgehauen geb ich durch hat wohl keine Zonen mehr keine Zonen mehr haben wir noch einen Sunny in der Nähe äh ne leider nicht Abstauber der erste war von mir ja ne 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 von mir hat er eine gekriegt als er hier durchgebrochen ist äh hier vorne da stand der Götter hier link vor mir achso dann hat er insgesamt 5 gefressen weil von mir hat er auch noch eine gekriegt als er hier durch wollte ich glaube da vorne steht irgendwo ein MSP wurde mir gerade durchgegeben ich sehe ihn nur nicht ach freischnauze da war ein bisschen low ja hab ich bemerkt probieren wir es nochmal ich ziehe schon weit über die Brücke ja deine ist oben am Geländer explodieren ja gg 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 das war's 3 minuten 40 schaffen sie nicht mehr saubere Arbeit geiles Teamwork ja 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 aber die waren auch Ewigkeiten mit oh man ähm ja dann Tee und Kekse ne ja würde schon klappen hoffen komm rennen wir rennen wir doch einfach mit dem Bajonett mal zum MSP mal gucken was passiert Charge jo das passiert Hehehe 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 hae ich bin verblutet hehehe 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 Der MSP, der gerade noch versucht hat durchzubrechen, wurde auch gesprengt. Du kennst ihn aber auch nix. Ne, so gar nix. Aber der letzte MSP geht an Radeon. Rademon. Rademo. Ach, Menno. Da wollte ich gerade spawnen. Ja, ich auch. Ich verwünscht noch hier mal schauen. Herrlich. Oh Mann. Ach komm, das Stück lauf ich noch. Ist das nicht mal heiß? Ah. Rally noch eine Minute. Spielt zwar keine große Rolle mehr, aber... Mit den Tränen, der Feinde fehlt. Das habe ich auch nicht erlebt, dass mein Feind zurück über die Brücke getrieben hat. Zurück wieder auf die andere Seite, ne? GG. Tut mir leid, dass ihr so wenig Arbeit hattet. Jojo, in der Tat, ja. Wir brauchen das mitgehalten. Ja, immer wieder gerne. Dankeschön. Dass ich nicht heilen kann. Och, ich hatte meine Ruhe. Das war auch ganz nett. Ja, ne? Braucht man manchmal auch. Wir haben uns mit Tee, Keksen und AT-Granaten gemütlich gemacht. Und immer, wenn was kam, haben die ganze Straße zugepflastert mit Wracks. Ja. Das war schon heftig. Das war schon cool. Ah, der eine Lodgy tat mir nein. Hat sich gerade durchgeworstellt und ich hatte nachgeladen. Pech gehabt. Ja, aber wir haben uns auf die Fack erst ganz lässt. Es hat auch gut funktioniert. Ah, GG. Alter Schwede. Tschüss. Tschüss. Tschüss.